Moin seht ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Minecraft. Heute ist es soweit, nachdem uns leider die Erde ausgegangen ist. Und ich hoffe, dass während wir jetzt eine kleine Rundtour durch den Server machen, Nadimchen vielleicht noch online kommt, um mir noch weitere Erde zu geben. Machen wir uns heute tatsächlich mal dran, uns ein bisschen umzugucken. Wir schauen uns mal wieder auf dem Server um. Ich führe euch mal wieder ein bisschen durch die Gegend und wir gehen gemeinsam mal wieder erforschen, was wir so finden. Diesmal allerdings nicht wie üblich, dass wir einfach nur hier die Wege abgeben, weil das kennt ihr ja schon alles. Hier ist unser XP-Tauscher, da ist das Rathaus. Das ist alles soweit bekannt. Nein, heute machen wir mal einen etwas anderen Ansatz. Wir schauen uns einfach Claims an von anderen Spielern und teleportieren uns mal wild durch die Gegend und gucken mal, was wir so finden. Das ist doch mal ein anderer Ansatz. Hier ist das Haus von Nadimchen. Das habe ich, glaube ich, noch nie gezeigt, ne? Gehen wir da mal rein. Das ist auch nicht das Großhaus, das ist nur das Übergangshaus gewesen. Oh, das ist ein Webstuhl. Okay. Aber auch hier schon mit ausgebautem Dach, ne? Komm mal rausgucken. Direkten Blick auf das Rathaus. Aber man muss schon sagen, das Dach sieht manchmal doch ein bisschen scherp aus. Wir haben hier direkt nebenan als Nachbar ja so einen Dachdecker. Das heißt nicht, was er dazu sagt. So seitlich sieht es komisch aus. Von vorne geht es tatsächlich. Da sieht es gut aus. Doch, sieht das gut aus. Gehen wir nochmal gucken. Und wir gehen jetzt nochmal zum Falken. Ich höre ein Skelett. Jetzt eben nochmal zum Falken, weil da bin ich mir nicht sicher, ob wir da waren. Ich glaube schon. Nichtsdestotrotz, den besuchen wir jetzt auch nochmal eben kurz. Doch, da waren wir hier sogar drin. Ich bin sogar hochgeklettert. Ich weiß aber nicht, ob das alles von ihm ist. Da fangen wir gleich mal mit an, würde ich sagen. Der Falke wird gleich ein bisschen... Hier beginnt in Kürze der Pilgerweg zum Altschauerberg. Das ist was anderes. Der Falke wohnt nah am Altschauerberg dran. Uh, es hat sich noch ein bisschen verbessert. Ich glaube, es sieht anders aus. Es gibt jetzt einen richtigen Eingang so. Gab es den damals auch schon so mit diesen Bannern und so. Mal gucken. Wir gehen mal eben hoch und schauen mal. Angenehme Durchreise beim Falken. Ja, siehst du, da sind wir beim Falken. Der Falkenhort. Oh, hier mit Korken. Was ist das? Was ist das? Sind das Pilze? Und warum wehen die im Wind? Sehr verdächtig. Ah, hier geil. Eine Vogelscheuche. Draußen ist alles... Das ist die Werkbank. Auch hier. Schön kleine Tresen zum Ausklappen. Kannst du dir direkt übelst die Biere reinzwibbeln. Wie sich das gehört. Kleines Lagerfeuer. Zum Hinsitzen. Gemeinsam grillen. Oh, hier sogar mit kleinen Teich. Und Löwenzahn. Karotten. Noch eine Vogelscheuche. Und dann geht es in das Häusern. Mir gefällt das optisch sehr gut. Ist nicht super riesig. Aber man muss auch nicht in so einem Fett anwesend wohnen. Man kann es auch gemütlich haben. So, Blumen. Zeugs. Ein bisschen gucken. Kann man ja mal, ne? Aus Neugier. Baumaterial. Ist da vielleicht Modder drin? Oh, Erde. Ach, Falke. Wie gerne würde ich mir deine Erde jetzt klauen. Aber wir sind natürlich brav. Wir bestehen ja hier nicht irgendwelche Bürger. Guck mal da. Kann man frühstücken morgens gemütlich. Was ist das? Auch so ein Club-Ding. Okay. Weiter hoch. Und hier sind wir schon auf dem Dach. Auch hier kleine Terrassen zum Sitzen und Chillen. Die Aussicht genießen. Na, schon nicht schlecht. Auf dem modernen Bahnhof des Alt-Schauerbergs. Herrlich. Na gut. So, wir gehen wieder runter. Wir machen mal brav alle Türen wieder zu. Warte. So, jetzt aber. Was ist das eigentlich? Wie kriegt man diese bunten Steine? Die sehen voll cool aus. Aber wie bekommt man das? So. Das war der Falke. Was ist denn das da hinten? Das sieht verdächtig aus. Wir gehen da mal hin. Okay, der Anfang ist doch wieder wie gewohnt erstmal mitlaufen. Ich will wissen, was das ist. Das habe ich noch nicht gesehen. Ich kann euch eben mal meinen Wüstentempel zeigen, glaube ich. Wenn noch nicht passiert. Also wir gehen jetzt doch erstmal. Der Anfang ist eben noch kurz mitlaufen. Hier ist er, wie bekannt, der örtliche Rewe von Matthias Zwingel. Ihr könnt euch ein Energy oder ein paar Löschzwerge rausholen, wenn ihr braucht. Da vorne ist der Bahnhof. Und jetzt gucken wir mal. Ich weiß nämlich nicht, ob ich meinen riesigen Fennek-Tempel schon gezeigt habe. Er ist gerade mit stehen. Das ist sozusagen das Privatprojekt von mir, was ich versuche nebenbei zu machen, wenn ich nicht gerade Let's Plays aufnehme. Ihr seht, es kommt nicht sehr oft dazu, denn er ist noch nicht fertig. Ja, ja. Ich höre schon eine Spinne wieder. Und ich muss mal mehr rennen. Ihr fragt euch immer, warum ich nie renne. Das ist er. Er hat bereits das Wichtigste. Ein riesiges Aquarium. Das in diesem Pack gar nicht mehr so doll leuchtet. Aber da ist ein kleiner Nemo-Fisch drin. Ist das nicht süß? Ich habe auch ein paar Seegurken irgendwo. Da unten sind Seegurken. Ja, das ist, wie gesagt, der Fennek-Tempel, der noch im Entstehen ist. Der wird noch wesentlich größer. Aber dazu später mehr. Wenn er denn eines Tages fertig ist. Hier haben wir die Himmelswurst. Gefolgt von einem viel schöneren kleinen Leuchtturm, denke ich mal. Ist das? Können wir gleich mal reingucken. Godiland 6. So, gucken wir da auch nochmal einen Rinn. Was ist das hier? Sogar so eine kleine Stufe. Hier wurde ein bisschen umgebaut, habe ich das Gefühl. Geben wir mal einen Rinn da. Da sind sogar Sachen versteckt. Guck mal, hier ein bisschen Eisen und so. Geben wir mal hoch hier den Turm. Ne, man muss ja auch mal ein bisschen gucken. Noch eine Werkbank. Nichts. Und hier brennt das Feuer. Sehr cool. Ach, guck mal, und? Zum Runterspringen oder was? Ich mache mal eben zu. Man muss es ja nicht riskieren. Schön an allen Ecken so einen Selbstmordsprung eingebaut. Vielleicht muss man sich auch mal umbringen, ne? Weiß ja nie. Ja, ich will hier wieder bitte runter. Danke. So, dann fahren wir mal wieder hinab. Sehr cool. Aber sieht hübsch aus. Sieht sehr hübsch aus. Da können Gebäude von mir, was die Optik angeht, noch nicht mithalten. Bei mir ist alles sehr, sehr kubisch. Gut, dann gehen wir da mal hoch, wenn wir da irgendwie raufkommen. Was war das da hinten? Da ist ein weiterer Turm. Den haben wir auch noch nicht gesehen. Lass uns den auch nochmal angucken. Und da hinten ist noch ein Hafen oder sowas. Ist auch neu. Oder ist das der, den wir schon kannten? Bin mir nicht mehr sicher. Gehen wir mal gucken. Also dieses Ding ist komplett neu. Da war ich auch noch nicht dran, ne? Doch, das kennen wir schon. Das ist der Hafen, der hier zugehört. Okay. Ist wahrscheinlich innen drin, innen, oh ne. Der ist ja nur eine Hülle seiner selbst. Was wird das da? Da scheint irgendetwas zu entstehen. So eine kleine Sandbank, würde ich mal sagen, ne? Na gut. So, jetzt gehen wir gleich hier einmal zurück. Ich möchte noch gucken, was das für eine Apparatur war. Die habe ich nämlich noch nicht gesehen. Und danach fangen wir mit dem Delabortieren an. Oh, was war das? Fischhugs. Ach, das Fischhugs. Hier kann man lecker essen. Oh, so ein bisschen leer noch. Aber gut, ich komme wieder, wenn man hier dann Burger kriegt und so, ne? Leckere Burger. Bei uns gibt es tatsächlich das Fischhugs. Da kann man lecker, lecker essen. Oh, lecker Burger das. Fischburger. So, ich renne mal. Warum rennst du die? Ja, ich weiß auch nicht. Früher gab es das nicht. Und jetzt inzwischen, jetzt wo sie es eingebaut haben, benutze ich es irgendwie einfach nie. So, ich würde sagen, dann machen wir gleich so einen Abstecher hier rüber. Gucken wir mal hier. Ja, sieht verändert aus. Wir waren hier ja überall schon mal, aber es sieht anders aus als vorher. Was ist das? Kann man da drauflaufen? Au! Nein, kann man nicht. Damit ist die Frage beantwortet. Chaos Flumis Haus ist das. Ah, okay. Chaos Flumi, was machst du da? Wieso umkreist du dein Haus mit schmerzhaften Steinen, die wehtun? Hei, hei, hei. So, da hat sich hier, glaube ich, nix getan. Justins Farm. Vermutlich wächst das Zeug hier und wird dann automatisch abgeerntet oder so. Da gehen wir mal wieder die Treppe, gehen in den Himmel. Wo geht's hier hin? Schnuffi, Wufs, Bau. Okay, ja, ja, alles klar. Da hast du noch ein bisschen Arbeit vor dir, Schnuffi. Das sieht alles noch sehr unfertig aus. Oh je. Aber irgendwas ist doch passiert. Oder war dieses Helle da vorher auch schon drauf? Oh! Au! Muss mir eh mal ein Brot... Au! Eh mal ein Brot reinziehen jetzt. Okay. So. Weiter geht's. Ich renne! Das kommt mir auch überhaupt nicht bekannt vor. Tops zu Hause. Ja, noch mal ein Rinder, ne? Das haben wir noch nicht gesehen. Hier wohnt Tops. Mal schauen, ob ich wieder ein Gütesiegel aus... Was ist das? Also ich weiß nicht, was das ist. Das sieht lustig aus. Ei, ja. Also ich sag mal so, das ist... Es würde nach deutschem Gesetz wahrscheinlich Freilandhaltung sein. Aber es reicht leider nicht ganz fürs Gütesiegel. Es ist doch etwas zu eng. Aber ist okay noch. Au! Schöne große Fenster. Sieht hübsch aus. Gehen wir mal rein. Hier wohnt Tops. Keller. Keller. Wo wir erstmal sichten, was hier so ist. Ich muss ja nach illegalem Material gucken. Oh, holy shit. Diamanten-Rossharnisch-Kratz. Eine Ender-Perle. Man ist ja nur ein bisschen neugierig, ne? Aber was mir gefällt... Du hältst Ordnung wie ich, ne? Stopf rein. Wenn man was sucht, man wird das schon irgendwo finden. So viele Name-Tags. Wo kriegt ihr die mal alle her? Kann man doch nur finden, oder nicht? Ich mach mal hier die Türen zu, ne? So, komm mal in den Keller rein. Ja. Ach. Du, man muss ja auch mal ein Ether-Portal hinbauen. Hier sind Bücher dran. Ja, hier ist auch so ein... Sehr hübsch. Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist, aber es sieht lustig aus. Ja, hübsch. Gut. Dort haben wir Top's Haus gesehen. Weiter geht's zur Apparatur. Ist ja auch immer höflich, ne? Es wird nichts geklaut und immer alle Türen wieder zugemacht. Wie sich das... Was ist das eigentlich? Ist das eine Klingel? Nö, ist einfach nur so ein Kopf. Na gut. Ah, sehr schön. Ist gemütlich, ist muckelig. Nicht so groß. Außenposten Medics. Gut, das war wirklich nur der Außenposten. Oh, hat er euch alleine gelassen, ihr beiden? Ja. Ich passe auf euch auf, solange wie Papa nicht da ist. Was ist das? Ach, eine Kartoffel. Schallplatte. Cat. So. Wo ist der Apparat, den wir da aus der Ferne gesehen haben? Der muss ja hier irgendwo sein. Da hinten ist er. Da wollen wir doch mal gucken, was das ist. Da wollen wir doch mal gucken, was das ist. Für eine Apparatur. Jeenland. Okay, hier sind ein paar Banner. Kann ich hier hochgehen auf die Palisade. Es ist etwas komisch. Kann ich da hochklettern? Lass mal machen, ey. Wow, da geht. Das ist ja cool. Wir erklimmen jetzt den Tor. Oh Gott, es ist weg. Ah, das ist blöd. Ich komme jetzt hier nicht rein. Ja, schön, dass ich den Tor beklammeln bin. Wir klettern mal wieder vorsichtig runter. Ich sehe dort... Was sehe ich dort? Ist das ein Schwein? Ein Schwein mit einem Sattel. Du bist das Hausschwein, hä? Boxti, das Rennschwein. Ach, Boxti. Zaumzeug. Hier geht es rein. Wie machen wir die Tür zu, ne? Oh, guck mal hier. Waffen und Werkzeug. Nahrung und Futter. Oh, ich ahne, Schlimmes, Leute. Das schreit nicht nach dem Gütesiegel. Hier ist sehr viel Feuer. Ich glaube, hier wird gern gegrillt, glaube ich. Grillen ist richtig und wichtig. Ah, ja. Leute, ich muss leider sagen, es qualifiziert sich leider nicht für den Blaufuchs. Für das Blaufuchstierwohl-Gütesiegel. Aber, naja, kann er noch werden. Oh, hier ist auch der Hausrund. Versteckst du dich da hinten in der Ecke? Ja. So, und hier geht es hinab in den Keller. Lass uns mal schauen. Das scheint nur eine Höhle zu sein. Genau, hier geht es dann ab in die Abbauhöhle. Da brauchen wir nicht weiter gucken. Das wird mir nicht so spannend. Gehen wir wieder hoch. Zur Mine. Okay. Wir machen das jetzt auch mal so. Für, ich mache ja immer so regelmäßig mal solche kleinen Touren. Wenn ihr sagt, Fuchs, du siehst meine Sachen nie an und du kommst nie bei mir vorbei. Gerne einfach mal im Discord posten. Ich sammle am besten einfach mal Claims. Schickt mir einfach die Claim-Namen. Und dann teleportiere ich mich auch gerne zu euch, um eure Bauwerke zu zeigen. Man will ja auch loben, was hier so geschaffen wurde. Jetzt gucken wir uns mal hier noch diesen Brunnen an. Den haben wir, glaube ich, auch nur einmal aus der Ferne gesehen. Das ist natürlich schon mal Platz des Friedens von Maddox. Das ist natürlich schon mal ein ganz anderer Schnack als mein Mana-Baum-Turm. Sehr hübsch. Sieht schon echt geil aus. Ja, da kommt Maddox Straße hier. Oh, was ist das? Das scheint... Achtung, sie betreten hessisches Hoheitsgebiet. Grüße geht raus an der Hesse. Eine Hesse? War mal Hesse hier. Ja, siehste. Moje. Das könnte... Ja. Ich würde sagen, das geht noch. Das könnte quasi gerade noch... Hier wird es schon eng. Oh ja, Server freut sich. Ah, sieht sehr hübsch aus. Das ist tatsächlich hübsch. Sehr hübsch. Wie macht man denn sowas hier? Diese... Mini-Löcher, wie geht das? Wie macht man sowas? Müsst ihr mir mal bitte erklären. Das sieht ja voll cool aus. Hesse ist Hoheitsgebiet. Da ist Maddox Haus. Da kommt man auch nochmal. Jetzt bin ich doch nicht teleportiert, ey. Kommt aber noch, keine Sorge. Machen wir noch. Also hier entsteht noch. Der Hesse ist noch nicht fertig. Da wird noch gebaut. Jetzt gehen wir mal kurz noch zu Maddox. Da war ich auch schon länger nicht mehr. Vielleicht gibt es jetzt hier auch das Gütesiegel. Ich habe es leider aktuell nicht dabei. Aber hier gab es ja mal... Also hier gab es... Das war beängstigend, muss man sagen. Herzlich willkommen in Akacia. Einer wundervollen Idylle am Meer. Oh ja, doch. Es hat sich gebessert. Es hat sich definitiv gebessert. Okay, was machen diese Steingolems hier auf seinem Dach? Maddox ist auch so der Einzige, der es schafft so zu bauen, dass selbst bei mir das Spiel ein bisschen meint... Oh, Alter. Was ist hier los? Hier waren da so ein paar Steingolems herum. Hallo? Das nicht mal. Das sind mal ordentliche Häuser, du, ne? Das sind seine Farmen. Das ist schon cool. Das sieht auch gut aus. Einfach gemacht. Also muss man sagen. Einfach, ne? Nicht so... Holy shit. Grobschmied, Waffenschmied. Panzermacher, Maurer. Ich komme da nicht rein. Alter, hier geht es aber ab. Hier wohnt und lebt Maddox. Jetzt sind wir im Wohnen anwesen. Man kommt rein und das Erste, was du siehst, Maddox, er will nicht zu weit laufen. Man muss auch mal direkt schlafen. Zack, hinlegen. Hunde- und Katzenfutter. Ich wäre ja fast geneigt, mir mal so ein Steckhühnchen zu klauen. Aber nein, wir sind brav. Wahnsinn, also hier hat sich einiges getan. Wir sehen hier ein paar Dorfbewohner. Das scheint noch nicht fertig zu sein, tatsächlich. Jo, du, weißt du, ich habe ein Pferd. Ich habe ein Pferd. Was geht denn hier ab? Oh, das ist ja cool. Das ist ja kaputt hier. Alter. Das ist wirklich eine Idyllarmeer. Verrückt. Verrückt. Hier noch einen kleinen Stall. Ja, siehste. Sehr schön. Da vorne erstreckt sich ein Boot. Insofern. Guck mal hier, aber das ist auch mal ein sehr natürlicher Weg, seine Gebiete einzuzäunen. Mit diesen Bambus-Dingern. Sieht nicht kacke aus. Ist nicht so hässlich wie so ein normaler Zaun. Und ist genauso effektiv. Gut, für mich nicht. Ich kann so durchschlüpfen. Ich bin ein kleiner Fuchs, aber ja. Weiter geht's. Gehen wir mal hier hin. Hier sehen wir ein großes Schiff. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Wollen wir ja auch mal zeigen. Sturmfalke. Das ist Sturmfalkes Schiff. Beziehungsweise ein kleiner Hafen. Das ist dann die Sturmfalke. Das sieht ja cool aus. Hallo. So. Hexeauftrag. Hannah aus den Wäldern. Ja, geil. The cake is a lie. Weinfässer aus Lagerhaus. Verschwunden. Lagerarbeiter für die Est-Foxier gesucht. Die Falkenwerft. Sucht Arbeiter. Meldet euch im Dorf. Informationen über einen Mann namens Odrin gesucht. Der gute Odrin. Krieg schon Gänsehaut, wenn ich dran denke, ey. Also, grandiose Quests. Ich muss gestehen, ich hab auch richtig Bock, mal wieder Witcher zu spielen. Ich war gestern fast geneigt, es zu installieren. Aber wenn, dann muss ich mit Teil 1 wieder anfangen. Ah, guck mal hier. Das kann man sogar zu machen. Ist ja cool. Ach, hier, guck mal sogar, diese Notfallboote. Die Tagelange. Alles da, du. Alles da. Ja, Hali ist ja gut. Wir spielen jetzt eben, äh, ich bin der König der Welt. So, wir sind der König der Welt. Und machen jetzt an dieser Stelle erstmal einen kleinen Break. Habt ihr noch angehört? Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns mal eine Däumlein da. Kommentar und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Und im nächsten Part gucken wir uns noch ein bisschen weiter um. Es gibt so viel zu entdecken. Wir schauen erstmal noch ein bisschen. Ja, bis dahin viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Das war alles. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017